International bekannte Rennstrecken. Da fällt dem einen der Nürburgring ein, Le Mans oder Silverstone. Andere denken da eher an die A94, die neueste Autobahn zwischen München und Passau. Recht wenig Verkehr und weite Strecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Davon haben auch Touristen schon gehört. Zu Gast im Land der unbegrenzten Geschwindigkeiten. Das ist eine echte Herausforderung für die Polizei auf der Jagd nach rücksichtslosen Rasern. Playground Autobahn TV, Spielplatz Autobahn. So nennt sich dieser YouTube-Kanal, auf dem Videos wie dieses laufen. Ein eingeblendeter Tacho zeigt, wie schnell Autos rasen. Überholmanöver mit über 240 Stundenkilometern. In diesem Fall auf der A94. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017